In diesem Tutorial wollen wir gemeinsam die automatische Installation von Treesize Professional, der Demo, aufzeichnen und dann auch die Deinstallation. Ich ziehe wie immer einfach die Setup-Datei auf dem Installations-Rekorder. Das hier ist der neue Insta-Rack. Mit dem Insta-Rack zeichnen wir Installation und Deinstallation im Handumdrehen auf. Weiter. Akzeptieren den Vertrag auch. Wir legen auch den Pfad entsprechend fest. Hier reicht uns ein Weiter-Desktop-Symbole. Ja. Weiter. Starten wollen wir das Programm nicht, aber fertigstellen. So, und damit können wir dann hier auch schon Save und Exit klicken und haben unsere Installation schon fix und fertig aufgezeichnet. Und machen gleich auch noch die Deinstallation. Um die Deinstallation aufzuzeichnen, starten wir den Insta-Rack Uninstall. Wählen hier Treesize aus. Mit einem Doppelklick haben wir jetzt hier die Wahl zwischen Silent Uninstall und Uninstall. Silent ist natürlich verlockend, aber in dem Fall nehmen wir trotzdem mal ein Install, damit man auch was sieht auf dem Bildschirm. Und sagen hier, das wollen wir entfernen. Yes. Die schließen wir gleich. Auch das wird aufgezeichnet. Und da sage ich auch Yes. Und dann sage ich aber, das war möglicherweise ein Pop-Up. Und sage hier noch OK. Damit haben wir dann auch die Deinstallation aufgezeichnet. Und können im nächsten Schritt beides auch gleich mal testen. Im Folgenden wollen wir die eben aufgezeichneten Skripte testen. Und später dann auch mal eine Exe, also ein Paket daraus erstellen. Gehen wir also zum Test. Und starten hier einfach mal mit der Installation. Ich lade diese dazu in den Regage-Robot-Editor. und lasse das jetzt einfach mal laufen. So, die Installation ist durchgelaufen. Dann mache ich hier Tools und mache Exe erstellen. Beim Testen kann man das machen. So, und lassen wir mal die Deinstallation laufen. Zunächst auch aus dem Editor. So, hat wunderbar geklappt. Und auch da können wir gleich die Exe erstellen. Und auch hier mit voller Geschwindigkeit. So, und jetzt lassen wir das Ganze mit Exe-Schnelligkeit laufen. Zuerst die Installation nochmal. Und hier sieht man auch schön, warum es an der Stelle kaum notwendig ist, jetzt irgendwelche Buttons unsichtbar zu machen oder dergleichen. Der User hat hier eigentlich nur an einer Stelle Kurzgelegenheit auf Abbrechen zu drücken, falls er dieses denn tun wollte. Und alles andere verschwindet eigentlich so schnell, dass der User kaum die Chance hat, irgendetwas zu tun. Lassen wir nochmal die Installation laufen. Wir können ja jetzt zum Spaß noch hergehen und diesen Abbrechen-Button hier unsichtbar machen. So, zuerst nochmal die Deinstallation laufen lassen. Ich mache das jetzt mal mit Play über das Kontextmenü. So, und im nächsten Schritt machen wir hier nochmal diesen einen Button unsichtbar. So, in diesem zusätzlichen Schritt wollen wir mal einen Button, der da eine ganze Weile im Bild ist, unsichtbar machen. Eigentlich mehr, um zu zeigen, wie es geht. So, wenn wir jetzt wissen wollen, welcher könnte das sein, schauen wir uns einfach mal die Zeiten an, die der Insta-Rack hier eingetragen hat. Hier sehen wir, wir haben gestartet, die Installation aufzuzeichnen um 12.30 Uhr 17 Sekunden. Den nächsten Button geklickt drei Sekunden später. Hier sind wir auch nochmal auf weiter und 37 nochmal auf weiter. Das sind gerade mal zwei Sekunden. Und dann kommt 39 und 50. Und hier sehen wir, hier haben wir jetzt eine Distanz von 39 bis 50, ungefähr 10 Sekunden. Das heißt, hier zwischendrin wird eigentlich dieses Fenster erscheinen mit dem Abbrechen-Button. Wir wissen, wie der Button heißt und sagen, so, wir schreiben hier also Abbrechen rein, beziehungsweise ein Stück. Was machen wir mit dem Button? Make window invisible. Das reicht. So, und jetzt lassen wir das Ganze einfach mal bis hier laufen. So, wir sehen also hier, es hat geklappt. Der Button ist jetzt unsichtbar und ist weg. Und wir können auch das Skript weiterlaufen lassen. Das hier war ein Breakpoint und damit ist das auch schon erledigt. Wir machen Tools exe erstellen. Schließen den Editor. Machen nochmal die Deinstallation. Und lassen nochmal die Installation laufen. Und damit haben wir sowohl die Installation als auch die Deinstallation von Treesize Professional aufgezeichnet. und gesehen, wie man das gemacht hat.